Aufschlag jetzt für Mace. Unglaublich, Michael Mace bringt auf der Ballonabwehr einen harten Vorhandsschuss nach dem anderen von Hauschein 9 zu 10. Und da liegt der Däne auf dem Boden und macht den Punkt, das ist ja sensationell. Und das ist ja fast schon der Klassiker in diesem Match, was wer schießt? Und dieser Chinese führt Türme. Es ist unfassbar. ... der expressive Typ. Und in diesem Moment steht Michael Mace im Halbfinale der Tischtennis-WM von Shanghai. Nach einem unglaublichen Match. Einen Schluck aus der Pulle neben Peter Sarz. Ein Urschrei von Mace. Dr. Spieler Das war's. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Dazu trägt auch Michael Mees, der 24-Jährige aus Faxe, zu. Dritter Satz, wieder ein herrlicher Ballwechsel. Immer wieder diese Trüpfelwechsel. Wie ein Vox-Bundescher. Einfach an. Einfach an. Einfach an. Ich glaube. 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 Ich glaube.